Radioindustrie Du hörst Radioindustrie und Radioindustrie heute Abend mit einem Legendenprogramm nicht irgendeine Legende sondern die Deutschrap-Legende für uns jedenfalls am heutigen Abend bei uns ist der Moneyboy Yo Yo Moneyboy im Building What up? Herzlich Willkommen hier in der Industrie bei Radioindustrie Wie fühlst du dich am heutigen Tag? Gut, alles Gucci Heute Abend ein Auftritt? Wie bereitet sich der Boy denn auf so einen Auftritt vor? Ich habe viele neue Songs ich habe ja ein aktuelles Mixtape draussen das heisst ich kann mein Gesicht nicht fühlen und davon werde ich heute ein paar Tracks spielen auch von meinem Album Cashflow das irgendwann dieses Jahr erscheint das heisst ich habe heute auch noch auf der Herfahrt ein bisschen meine Lyrics geübt die Tracks angehört auf meinem iPhone aber ich bin ready Du bist ready, wie sieht das ernährungstechnisch aus? Ja, also ich ernähre mich jetzt auch gesünder ich trainiere auch mehr ich mache gerade die Swagger Transformation ich habe gerade angefangen aber das wird schon alles noch gesunde Ernährung ist wichtig aber beim Partymachen wird sich natürlich gegönnt Das wird sich gegönnt und wie sieht denn so in Shortcuts diese Swagger Transformation aus? Ja, es besteht zu einer Seite aus gesunder und guter Ernährung und auf der anderen Seite aus Sport ein bisschen Krafttraining ein bisschen Basketball spielen und am Wochenende feiern und immer grinden immer in Bewegung bleiben und man wird es schon an mir bald sehen auch in neuen Videos wenn ich dann topless im Video zu sehen bin dass der Boy auf jeden Fall schon sich transformiert hat Und der Boy nimmt somit auch seine Vorbildfunktion wahr? Ja, Sir Der Boy ist da und der hat es schon angesprochen Cashflow kommt zu Wie, Zoom? Das Album ist eigentlich ready aber ich mache jeden Tag neue Tracks und lösche dann welche, die nicht so dope sind Ich habe jetzt ca. so 70 Songs schon recorded Ich habe gestern einen Track gemacht der heißt Thordiana und der ist so dope, dass ich zum Beispiel den jetzt aufs Album drauf packe und wenn laufend noch neue Songs dazukommen wird es sich immer ein bisschen rauszögern aber ich denke spätestens im Herbst wird es droppen Ich würde sagen so September, glaube ich Also du wirst weiterhin unterhalten das merkt man, du hast einen riesen Output Du sorgst auch immer wieder mal für Aufregung und zwar hast du das mit deinem Choice Auftritt, den jeder schon kennt Zudem hat sich das hat in der Schweiz ziemlich Welle gemacht Bushido positiv geäussert Er hat dir deinen Rücken gestärkt Wie fühlt sich das an für den Money Boy? Er hat mir Rücken gegeben natürlich No Homo Also als Deutsch Rap Fan Ich war früher Bushido ist Also ich war früher ein Fan von Bushido Er macht sehr gute Musik und dann freue ich mich natürlich wenn der Dude von dem ich früher ein Poster auch an der Wand hatte sagt so Yo Money Boy ist cool oder ich liebe Money Boy No Homo Es hat mich sehr gefreut wie er das im Interview gesagt hat Ebenfalls für Aufruhr hast du mit deinen Tweets gesorgt Danach hast du dich entschuldigt und du hast Zitat Ich werde versuchen ein besserer Mensch zu werden schon Hast du schon Fortschritte gemacht? Ja ich mache jeden Tag Fortschritte Es gibt auch immer ein paar Rückfälle Ich finde man sollte das Ganze auch nicht zu ernst nehmen es ist jetzt nichts Schlimmes passiert und so Insgesamt jetzt nicht auf diese Tweets bezogen versuche ich ein besserer Mensch zu werden Hat das dann auch mit der Swagger Transformation zu tun? Dieses bessere Mensch werden? Ja man sagt ja ein gesunder Geist in einem gesunden Körper und so das gehört alles dazu und ja ich werde auf jeden Fall ein paar Schritte machen die gut für mich sind und auch gut für meine Crew für mein Team für die ganze Glow Up die Narrow Gang für meine Fans und so weiter Du oder wir haben es angesprochen du hast einen riesen Output Wann erholst du dich? Sobald werde ich mich nicht erholen weil jetzt kommt das Album ich habe viele Videos geplant jetzt gibt es viele Rapper von meiner Crew die jetzt Aufmerksamkeit bekommen wie zum Beispiel Hustensaft Jüngling oder Medikamenten Manfred oder MC Smoke und so weiter und die muss ich auch alle supporten und mit denen Features machen denen helfen und sobald nicht aber irgendwann im Sommer wenn so alle auf Urlaub fahren im August oder so werde ich mir auch eine Auszeit gönnen und aber dadurch dass ich jetzt umgestellt habe auf gesunde Ernährung und auf mehr Sport und so brauche ich jetzt gar nicht unbedingt eine Pause machen Okay du hast deine Glow Up die Narrow Gang angesprochen hast du die heute auch alle mit dem Boot dabei? Nein da so viele Leute von denen gar nicht in der Nähe jetzt von Zug in der Schweiz leben aber es kommt auf jeden Fall heute Young Kira, Young Mukuba das sind auch zwei Rapper und Producer die sind schon auf dem Weg dann habe ich meinen Homeboy mit Feliz über Boss ist mit am Start und ja so ein kleiner Teil der Gang ist am Start Es wird ein grosser Abend meine Damen und Herren es wird ein riesen Abend für alle die 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 kommen kommen in die Industrie 45 es hat noch Tickets an der Oberkasse gegeben durch den Money Boy in höchste Form dank der Swagger Transformation und wir hören jetzt gerade deinen Song Money Boy welchen Song spielen wir? Jo das ist mein aktuelles ähm mein neuestes Musikvideo Choices heisst der Track mein neuer Hit die Leute feiern es sie werden es heute live auch sicher feiern Money Boy Choices Turn up Turn up this no 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 in Deutschland. Jetzt erwähnst du negativ haftiert ein paar Rapper. Hast du da keine Angst vor dem Splash? Nee. Gar nicht? Nee. Wieso nicht? Ich sehe keinen Anlass dazu, Angst zu haben und ich sage ja nichts persönlich Beleidigendes und es ist sportlich. Man muss das auch so sehen, wenn man Rap macht. Man sollte sich eher freuen über die Competition und über den Input und darauf vielleicht reagieren mit Musik oder so. Das ist doch nice. Ich freue mich eigentlich, wenn ein Diss ist von jemandem, der auch einen Namen hat, den man kennt, denke ich mir nie, warum hat er das gemacht? Es wäre mir lieber, hätte er das nicht gemacht. Sondern ich nehme das sportlich und es ist für mich eine Inspiration und eine Motivation. Wir haben hier einen professionellen Moneyboy bei uns im Studio. Du sagst auch selbst, du wirst immer bigger. Alles rund um dich herum wird immer größer. Wie zeigt sich das privat in deinem Leben? Naja, nicht großartig. Ich bin hauptsächlich fokussiert auf mein Business und auf meine Musik und mir ist eigentlich egal, was rundherum abgeht. Ich habe auch in schlechteren Zeiten oder wo es für mich schlechter gelaufen ist, mein Ding weitergemacht. Ich war immer produktiv, sogar noch produktiver, wenn es bei mir schlecht gelaufen ist, weil wenn es nicht so gut läuft, dann habe ich noch einen extra Hunger und mache noch mehr und bin noch produktiver. Das ist so wie bei einem Basketballspiel oder so, wenn man so wie Michael Jordan ist und man ist zehn Punkte hinten, dann lässt man nicht den Kopf hängen, sondern dann ist man extra motiviert, um es umzudrehen. drum ändert sich und genauso, wenn man on top ist oder wenn es gerade läuft, sollte man nie zu abgehoben sein und zu eingebildet und so und ich bleibe immer so auf einem Level und fokussiere mich auf die Dinge, die zählen und das ist die Musik, die Videos, alles, was ich halt mache. Ich merke gerade, du bist so, ich hätte gedacht, du kommst ins Studio rein und du haust dir alles um und gehst voll ab und so, aber ich merke, du bist voll cool, du bist ruhig. Ist das manchmal mehr eine Show oder bist du so oder ist jeder Tag ein anderer oder wie sieht das so aus? Ich kann jederzeit den Scheiter umlegen und mich so verhalten, wie ich gerade Bock habe oder wie ich denke, dass es angemessen ist. Also ich bin da sehr vielseitig. Und wie egal, wie egal muss dir eigentlich, ich denke, du hast auch sehr viele Leute, die dich kritisieren, wie fest muss deine Einstellung sein, dass es dir egal ist? Also wie soll ich sagen, beeinflusst dich das ab und zu, dass du das hast, weißt du, ich meine, dass Leute dich kritisieren, und so? Ich bin jemand, der lernt auch aus den Erfahrungen und ich gucke mir auch andere Rapper an, was die durchgemacht haben und ich lese die Interviews und ich hole mir von überall irgendwie Tipps und so und ich kann damit umgehen und so, das beeinflusst mich nicht. Das ist alles nicht so serious und so, egal ob mich jemand kritisiert und so, ist mir eigentlich scheißegal, das hat für mich nichts zu bedeuten. Ja, aber ich kann mir vorstellen, weißt du, es ist auch, wenn du zum Beispiel Fan warst von jemandem und der kritisiert dich, ist das irgendwo durch weißt du, was ich meine? Ist doch ein Druck hier so, irgendwie so. Ja, schon, aber selbst wenn ich von jemandem Fan war, war nie meine Motivation, dass ich Musik machen will, die der gut findet oder der befürwortet. Ich bin darüber schon hinaus, ich kreiere meine eigenen Dinge und ich muss nur, ich muss nur selber damit zufrieden sein und da ist mir nicht so wichtig, die Bestätigung von außen, die kommt dann sowieso im Endeffekt, wenn man immer grindet und immer Moves macht, dann klappen auch manchmal Dinge und darum lasse ich mich nicht ablenken und mache mir auch nicht allzu viele Gedanken über Dinge, die andere Leute sagen. Starke Einstellung. Wie lange wird es Moneyboy mit diesem Spaß-Rap noch geben? Was denkst du? Also ich denke eigentlich ziemlich lang, weil ich habe noch so viel kreatives Potenzial, was ich nicht ansatzweise ausgeschöpft habe und Real Talk. Ich habe mir bei vielen Dingen bis heute noch nicht einmal 70% Mühe gegeben und alles ausgeschöpft und so wie ich das mache, so ganz easy eigentlich, klappt das schon ganz gut. Das heißt, ich habe da noch genug Potenzial und ein paar Gänge, die ich hochschalten kann. Also sehe ich da eigentlich kein Ende. Ich komme jetzt gerade erst in Fahrt, obwohl ich sagen wir jetzt vor vier Jahren oder so oder vielleicht schon vor fünf Jahren fast das erste Mal in Erscheinung getreten bin, habe ich jetzt erst das Gefühl, dass ich jetzt so in Topform komme und so drum finde ich, es geht erst jetzt eigentlich los. Ich baue jetzt gerade alles auf. Mich, mein Team, mein Business, mein Album natürlich. Das wird ein sehr gutes Album. Cashflow kommt wahrscheinlich im September und ich mache im Moment so die beste Musik, die ich je gemacht habe und ich habe einen coolen Style gefunden. Mein Songwriting, ich habe alles verbessert und drum sehe ich sehr optimistisch in die Zukunft. Also das heißt, du hast eigentlich noch ein ganzes Waffen irgendwo, Arsenal so versteckt, so a la jetzt habe ich mich gezeigt, so einfach mal zum Raufkommen, ist mir egal wie und jetzt fange ich an auszupacken, jetzt, also man könnte sozusagen erwarten, Moneyboy könnte noch irgendeinmal richtig den Flow und alles ändern und den ganzen Lifestyle. Es kann sich vieles ändern. Ich versuche immer zu ändern und den Style abzuswitchen. Drake sagt auf dem neuen Album so, I had to change my flow up, shit was getting too predictable und das muss man immer wieder machen, dass man ein bisschen irgendwas abswitcht, weil wenn es zu vorhersagbar ist, muss man mit was Neuem kommen und ob das Songs sind oder Videokonzepte und alles mögliche. Meine Musikvideos so, die Leute feiern das schon und so und ich bin auch sehr zufrieden, aber was Videos angeht, habe ich noch fast gar nichts ausgeschöpft, weil die meisten Videos sind Street-Videos, ich mache das mit ganz geringem Aufwand und so. Das heißt, ich habe bis jetzt nur mit einer kleinen Handgun geschootet die letzten Jahre und so, aber ich habe noch die Panzerfäuste und die diversen Raketen und so alles in meinem Bunker. Könnte man von Moneyboy irgendeinmal ein Lied erwarten, das traurig ist? Ja, auf jeden Fall. Ich habe so viele Songs schon released, dass es locker darunter sicher 10, 12 Songs gibt oder vielleicht sogar 20, die jetzt ohne Jokes oder so einfach vielleicht eine deepere Message haben oder Zeilen, die so irgendwie cool sind oder scharfsinnig oder irgendwie nice. Ich habe schon solche Songs gemacht, die auch so 100% real sind, so über Dinge, die mich beschäftigen. Drum solche Sachen werden auch kommen, aber je nachdem, worauf ich gerade Bock habe. Es gibt so viele Genres im Hip-Hop von Conscious Rap bis zu der Musik, die gerade jetzt in Amerika angesagt ist, wo es fast überhaupt nicht um Inhalte geht. Und ja, ich ride jetzt so diese Wave, die ich jetzt gerade mache und irgendwann wird sicher auch der Zeitpunkt kommen, wo ich ein bisschen auch andere Art von Tracks machen werde. Ein sehr vielseitiger Moneyboy hier bei uns, Radio Industrie Studio. Wir bedanken uns sehr viel und gross bei dir für deinen Auftritt und wünschen dir natürlich jetzt für das Live-Konzert alles Gute. Danke. Shoutout an alle meine Fans und Supporter in Switzerland. www.moneyboy.at www.youtube.com 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 Checkt alle meine Videos aus. Können wir noch Bars hören von dir? Ist doch etwas Neues, habe ich jetzt gar gesehen. Oder magst du den nicht so? Oder bringst du einen Freestyle? Oh, warte. Wow, hättest du Bock auf einen Freestyle? Ich habe ein paar Bars. Oh, das wäre jetzt richtig dope. Ich hole dir schnell einen Beat raus. Kannst du noch schnell mit ihm ein bisschen besprechen. Beat oder willst du A Cappella? Lass mich, A Cappella. A Cappella, okay. Okay, es geht so. Ich smoke an einem Joint und bin high wie dieser Reinhold Messner und ich steche die Hater ab jetzt mit einem Schweizer Messer. Yeah, check das aus. Ich shoote mit der... Guck mal, wie ich mit der Rifle schieße und du hast Löcher in deinem Körper wie ein Schweizer Cheese. Ich bin ein Playboy. Ich ficke diese Mädels am Strand. Ich habe mehr Löcher schon gesehen als ein Schweizer Käsefabrikant. Das waren nur so ein paar Bars off the top, money boy. Hast du das extra für die Schweiz geschrieben? Ich habe es in meinem Kopf ein paar Bars zurecht geschrieben. Ich habe noch ein paar mehr und so. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren und so. Und dann habe ich auf der Stage auf jeden Fall noch mehr Bars für alle Leute, die kommen. Ich spitte ja immer ein paar Freestyles, also Freestyles im Ami-Sinn, weil da immer die Diskussion ist. Freestyle im Ami-Sinn, weil es halt kein richtiger Song ist, es kein Konzept hat, sondern einfach Bars. Natürlich überlege ich mir die so im Vorhinein, aber es ist trotzdem ein Freestyle und das gibt es heute live auch, wie immer. Money Boy, etwas nimmt uns noch Wunder. Hast du deinen Gucci-Bandana wieder gefunden? Ja, ja. Das habe ich schon ewig lang wieder gefunden, dann noch einmal verloren, aber das war ein anderes Mal, wo es nicht auf Kamera war. Dann habe ich mir noch eins in einer anderen Farbe gekauft. Ich habe alle möglichen, aber ich habe das jetzt nicht immer dabei, aber ich habe mir letztens eine Hermes-Bandana gekauft. Das wird man auch bald sehen in einem meiner neuen Videos. Ja. Da freuen wir uns drauf. Das war er. Der Swagger on a Cillian. Money Boy, vielen, vielen Dank. Danke. Und alle, die jetzt gespannt sind, kommen in die Industrie 45. Er wird das Zeug zerstören, wie er es gerade hier gemacht hat. We're out. We're out.